Ich bin auf einer Baustelle, wenn wir da hinüberschauen zum Turm, das Gerüst, ganz Völler ist eine Baustelle geworden, seit wir wissen, dass etwas auf uns zukommt. Warte, Baustellung. Und ich denke, wenn ich weiß, dass etwas auf mich zukommt, bereite ich mich vor. Und wir wissen als Christen, auf uns kommt die Auferstehung zu, auf uns kommt Ostern zu. Ich habe meine Kinder, meine Kinder, die Finger hineingehen, alle. Ich habe meine Kinder, die Kunde bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020